Hallo meine lieben Freunde, schaut mal wo ich hier bin. Ist das nicht faszinierend? Ein wunderschönes Binnengewässer offenbart sich hier zu meinen Füßen. Faszinierend, hätte Mr. Spock gesagt. Ihr Vöglein, ihr stimmt den Tag ein und dafür danke ich euch. Die Welt ist wunderbar gemacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und dabei allemal hoch die Hände. Schaut mal wo ich bin. Schaut mal wo ich bin. Schaut mal wo ich bin.